Hallo, was geht ihr Cyberspacken? Nachdem ich Anfang der Woche den coolen Atomkompromiss eingetütet hatte, war da wieder mal Zeit, um im Internet nach lustigem Zeug zu surfen. Da stieß ich auf diesen herrlichen Film. Ja, ein kleiner Flachs im Flugzeug macht doch alles gleich viel leichter. Wunderbar, gemeinsames Lachen erhält einfach die Freundschaft. Ich habe natürlich noch mehr Hotshit für die Community-Outseer. Über den nächsten Schreif habe ich mich auch herrlich beömmelt. Dazu müsst ihr einfach nur wie folgt vorgehen. Platziert zunächst einen handelsüblichen Airbag in einem offenen Reifen. Darüber legt ihr zur Tarnung ein kluges Tuch. Dann bittet ihr wahlweise einen besoffenen oder aber völlig artlosen Kollegen, sich auf den Reifen zu setzen. Fertig ist der Partyspaß. Das Schöne, da der Kollege sich am nächsten Tag an nichts erinnern wird, kann man diesen Spaß beliebig oft wiederholen. Was viele nicht wissen, ich brauche ja privat immer was zum Knuddeln. Mein Mann der Dingens taugt da überhaupt nichts dazu. Deswegen habe ich mir neulich ein kleines Lämpchen gekauft. Das ist sowas von sweet und cute. Guckt mal. Ich habe das Lamm einfach Guido genannt. Guido. Wo versteckt sich der Guido wieder? Kommt zur Mama, Guido. Ist der wohl süß? Ja, der ist wohl süß. Jetzt zeige ich euch aber mal, warum ich Elefanten gar nicht mehr so süß finde. Ach, versteh mal einer den Artenschutz. Bei dem Benehmen sollte Elfenbein ruckzuck wieder legalisiert werden. Da sag ich jetzt mal Tschüss, ihr lieben Cyberspacken. Und allzeit gut surp. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.